Hier lebten Julius, Anni, Egon und Friedel Bamberger. Die Familie Bamberger stammte aus Schmeilenberg und zog später nach Bremen, wo Julius Bambergers bekannte Kaufhaus Bammbüttel eröffnete. In den 1920er Jahren war er erfolgreich und sozial engagiert, richtete während der Weltwirtschaftskrise eine Abendküche ein und heil verfolgten. Doch mit der NS-Zeit begann die Verfolgung der Familie. Julius wurde verhaftet, sein Geschäft zwangsverkauft. 1937 floh er mit seinen Kindern ins Ausland, während seine Frau Friedel in Bremen blieb und sich 1940 das Leben nahm. Schließlich erreichten die Kinder und Julius die USA, wo sie ein neues Leben begannen. Heute erinnert das Bamberger Haus in Bremen an ihr Schicksal. Die Geschichte der Familie Bamberger ist nur eine von vielen. In ganz Europa repräsentieren Stolpersteine die tragischen Schicksale vieler Menschen. Diese kleinen Gedenksteine, die im Boden verlegt sind, tragen Namen und kurze Lebensdaten und machen das Schicksal der NS-Opfer sichtbar, direkt vor den Orten, an denen sie lebten. Aber wer kam denn überhaupt auf die Idee, diese Steine in die Welt zu setzen? Bereits 1992 wurden die Stolpersteine von dem Künstler Gunther Demnick ins Leben gerufen. Jeder Stolperstein wird von dem Künstler und seinem Team per Hand gefertigt und individuell geprägt, um die Einzigartigkeit jedes Schicksals zu betonen. Und seit 2004 findet ihr diese auch in Bremen. Damit möchte er eine Erinnerung an alle Opfer des Holocaust schaffen. Mit über 90.000 Stolpersteinen in mehr als 30 Ländern gelten diese als größte dezentrale Gedenkstätte der Welt, die sich über viele Städte und Länder erstreckt. Bis heute wurden in Bremen über 750 Steine verlegt. Auch die Stolpersteine der Familie Bamberger wurden von dem Projekt Stolpersteine Bremen auf einer Karte verzeichnet. Unter der Website stolpersteine-bremen.de findet ihr Schicksale und Geschichten vieler von den Nazis verfolgten BremerInnen. Die Stolpersteine-bremen.de